ok jetzt wird lustig ich hoffe die probefigur hat gutes bruch effekt 197 schade hätte man 310 gehabt von der probe wäre das jetzt easygoing gewesen und 30 davon sind halt weil ich die bach vorher gemacht habe macht das doch alleine bitte stehe alert don't wake up in the mood for another beating was Warte doch mal mit deinem Schildgebreche, du. 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 Warte doch mal mit deinem Schildgebreche. Okay, da hast du. Warte doch mal mit deinem Schildgebreche. 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 Lass uns so beginnen! Lass uns so gut, meine Freunde! Entschuldigen Sie! Das Schmutz! Das Schmutz! Das Schmutz! Das Schmutz! Mit mir! Das Schmutz! 107,336 Noten! Ich sage Ihnen, die Gloriest Chorus! Und in die Hände! Das Schmutz! Das Schmutz! Das Schmutz! Das Schmutz! Das Schmutz! Ich nehme den Weg! Hör! Ein weiterer Reise beginnt! Wer ist? Der Geräusch ist fadig! Ich werde dich von deinen Schmutz! Deshörst du unter dem See of Butterflies! Illusions des Vergangen! Wenn der Schmutz ist nicht verbrecht von Realität, kann es noch immer eine Illusion sein? Wie ist das? Das Schmutz! Das Schmutz! Mit dieser perfekte Melodie, ich commande! Frequenz! Paradise anew! Musik! Ich warte die ganze Zeit drauf, dass Robin kommt! Musik! Musik! Schmutz! Musik! Musik! Robben, ist das du singen? Bruder, du hast sie gehört. Das ist nicht das Paradies, was sie erwartet haben. Insofern, sie wissen nicht, wo sie gehen sollen. Das ist das Grund, ich musste die Lone Star in der Skye, um sie zu steuern. So, warte, ihr habt alle. Okay, 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 dann... Was? All free, disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Disorderly noise. Free will, or was it destined for Oblivion? Disorderly noise. Who's next? Again? Uphold the truth, and you will. Wake up. Step up, Let's see ya. Don't mess with me. How noisy. On the still waters of Oblivion. The noise is fading. How familiar. Enjoy eternal peace. I'll take the lead. Listen up. Who's that? How noisy. All things are part of the melody. Eternal prayer. Dustin for Oblivion. Can't see. The weakness of humanity cannot be redeemed by others. Let's play our, let the show begin. Ich weep für die Departung. Ich weep für dich. Wenn wir noch nie erlebt haben, wie können wir auf verschiedene Reise gehen? Jetzt, unser letzte Gespräch wird... All das Werk der Kreation hat sich gemacht. Der Inevitable Tag hat es geschafft. Die Embryo-Philosofie wird uns wiederentwickeln, die für uns alle Realität zurückkehren. Wenn dein Paradies mehr Menschen schützt, dann schütze ich mit deinen Handen. Ich versuche, die Wahrheit. Es ist alles für Neon. Ich versuche, dich zu erheben. Entschuldigung! Mit dieser 7-Jährigen Vows, ich versuche, dich zu erheben. Oh-oh, ich habe ein schlechtes Gefühl darüber. Es war nicht du, die alle Dinge zu erheben. Es war die Menschheit, die dich zu erheben. Meine Freunde? Ich versuche, dich zu erheben. 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 Es müsste halt so viel mehr Schaden machen an ihn. Kann sein, dass ich es nicht schaffe, weil ich keine vier Figuren habe. Ich versuche auf die Wahrheit. Ich versuche auf die Menschheit. Ich versuche auf die Menschheit. Auf die stille Worte der Oblivion. Erwachsen, der Herr der Welt! Ich bin in der Lage, für eine andere Bedeutung. Ich nehme den Weg, hör auf! So, warum ist das Leben schlägt? Denn... ... ein Tag... ... wir werden uns von unseren Tränen wachsen. The night is still too short. Brother, the dream is over. In the first year of the AE-2158, a fiery conspiracy erupted in the land of the dreams, but soon faded in chaos and destruction. Whispers carried the tale of those fateful 48-system hours. When a sun teetered on the precipice of collapse, a paradise stood on the brink of destruction, and a world was poised to surrender to its new master. Amidst it all, a body decayed, a pack of vultures gathered, and a brother and sister were doomed for eternal separation. And so, an eon succumbed to slumber once more. Some celebrated this fall, while others mourned. Among the insignificant witnesses, mere specks in the vast tapestry of the universe. It was said that, this time, the eon met their demise with dignity. As the cosmos bathed in the radiance of a pure dawn, a tempestuous storm brewed on the horizon, the chant of everything for the Amber Lord grew ever louder. Yet, no matter how one contemplated, time inexorably swings Klopat's colossal hammer in eternal cycles. The tale of the astral express reaches both its conclusion and a new beginning. Time marches forward, heralding the arrival of a new chapter in the history of trailblazing expeditions. Brother, do you think the stars will fade away? Where did that come all of a sudden? Because the constellation that looks like a bird, the torrent eagles, looks a bit dim lately. It's the torment eagles. Don't worry, it's still there. It's just, it's located in the inner ring of Pentacone and can only be seen when spring and summer overlap. As for the question you asked, I think stars do die, just like people. But do you know, sister? No star actually belongs to the present. The light we see from them is from a long time ago. Even after the stars perish, their light will travel millions of light years, spanning countless years, to illuminate the night sky of another world. In our paradise, I believe there will be a star like that, shining with the same light. Its radiance will last forever, and its name will be happiness. No, not just one star. We should have two stars. Or maybe even more. Yeah, you're right. It's a deal. It's a deal, then. This is our promise. Yeah, you can... Bring your six, zweimal. Hallo. Wir springen. Wo? Ich schwöre, wenn Firefly tot ist oder Acheron tot ist, dann gibt es eine Tower. Das ist eine schlechte Vorahnung. Wehe, da steht gleich Firefly. Das ist eine Zaun. Hier vom Sagt's euch nicht. Es ist ein Glück, zu hören, zu hören. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der größte Winner von diesem Festivall. Bist du dich nur um mich zu spüren? Nein. Ich bin nur empfiehlt. Du bist nicht nur alleine in Penacone und erfüllst die Wahrheit von Dreamflux Reef. Aber du hast auch geschafft, zu erinnern. Erinnerst du die Rekordung von deinem Freund von Trailblaze? Es ist jetzt die wichtigste Chip in diesem Spiel. Aber es kam zu einem hohen Kosten. Lose eine Cornerstone ist ein heftiger Preis zu bezahlen. Diamond hat gerade ein Gespräch zu diskutieren, was mit dir zu tun. Wie ich erwartet habe. So ist Diamond planning zu demote mich? Oder kick mich aus den 10 Stonehearts? Hm. Warum nicht ein wildes Ge- Okay. Dann glaube ich. Er wird mich auf P46- Okay. Was sollst du wager? Wir sprechen hier. Wir sprechen über eine reale Bet hier? Ich will keine Wager- Wager einfach nur um zu schützen. Aber wenn es nur ein... Freundlich Bet. Ich werde auf die Linie, was ich gemacht habe. Ich werde auf die Linie machen. Ich werde meine Leben. Das ist interessant. Aber seit es ist Diamond's Call, niemand kann die Erkunftsbequen. Ich bin auf die Pläne. Ich werde auf die Penneconie. Als alle aufzunehmen, wir kommen zurück zum Pierpunkt für die letzte Showdown. Oh, sounds like I'll be out of the action for a while. Finally, a chance... Yeah, leave everything to me and Topaz, child. Thanks to you, as soon as the Jade Stone was delivered to the family's compound, we finished up our preparations. The seeds we planted have taken root. Soon, it'll be time to... Huh? Let's wrap it up for now. Looks like I've got a... Oh, so many surprises today. Didn't expect a Galaxy Ranger and wanted criminal to show up here. One who managed to take out two IPC members under the noses of our fleet. Do you understand what that means? Screw-wubba-boo, I just put him to sleep. Don't try to intimidate me with that nonsense. Besides, I've taken down more IPC lackeys than the residual value you squeezed. And I don't mind adding a few more zeros to my wanted poster. I have a question for you. Be honest, or I don't mind putting a bullet into your head. Tell me, where is Waldo Snyder? Ich bin wirklich fertig. Nicht nochmal verarscht worden, nein. Okay, wir haben einen Eidola bekommen für den Trailblazer. Ich stelle sofort einen Fähigkeitspunkt wieder her. Okay. Okay, wir gucken noch schnell, wo wir die Eidola... Wie hießen die Dinger dann jetzt auch herbekommen. Ich nehme an, bei Glockys Statue oder so. Also bin ich da jetzt erstmal hin. Wir wollen ja den Trailblazer natürlich auch auf E6 haben. This Haven of Memories. Every touch. Every moment. Äh... Okay. Stillstehende Uhr. Untersuche den Streit im... Themen... Was? Ähm... Nee, das ist Dings. Das ist doch Event, oder nicht? So, warte. Ähm... Ja. Wo bin ich denn jetzt gerade? 22... Oh meine Güte, 1... 45... 50! Hier gibt's 2, da gibt's 1 und da gibt's 1. Okay, wie weit komme ich mit 7.170? Ah, 34 nur. Da hell. Nun. Das ist ein bisschen wenig. Wo kriegt man denn mehr davon her, von der Währung? Äh... Und guck mal den an. Nachdem er verstanden hat, Angriffen der fähige oder der zähige Seite. Anhöhnen. Gefühle. Oder Schaden erhöht. Okay. Dann haben wir den ganzen Shit mal ein. Ja. Also, hier ist... Bei 40, bei 45 und bei 50. Das sind 4. Ähm... Nun, ich will ja nichts sagen, aber haben sie sich verrechnet? Eins haben wir. Eins, zwei, drei, vier. Dann fehlt eins. Hä? Und wie zur Hölle... Kann man die Währung noch irgendwie anders bekommen? Außer durch... Quests machen und... Thronen öffnen? Erkunden? Trailblaze mischen? Abenteuer. Ja. Ich hab gedacht... Joa, mit... So viel, wie ich zusammen hab, ist easy. Nein. Kannst ja vollkommen vergessen. Okay, ja. Nun. Ja. Mehr von der Währung besorgen. Hier hergehen. Und dann für den Trailblazer... Noch 4 Eidola bekommen. Und keine Ahnung, wo man das letzte herbekommt. Und... Vielleicht irgendwie dann nochmal von der Haupt... Quest dann in 2.3 oder 2.4 irgendwie nochmal. Oder... Wirklich komplett irgendwo anders. Naja. Okay. Dann sind wir... Fertig. Ich meine, hier würde ich überall noch ein bisschen bekommen. Klar. Wenn ich da noch weiter suche. Achso, der neue Boss... Fürs neue Material. Das Door. Ansonsten weiß ich nicht, ob man hier noch Minigames... Machen kann. Hier ist auch... Für Boothill dann später. Und hier sind wir schon mal... 10... 10 Stück nur noch. 7 Stück nur noch. Okay. Ja. Werde ich das mal absuchen. Für mich. Und dann mal schauen, wie weit ich komme. Aber ich glaube nicht, dass ich bis 50 komme. Okay. Das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis 2.3. Wenn wir da ordentlich Story bekommen. Ansonsten... Er ist halt richtig, wenn Story wieder weiter geht. Bis dahin. Ciao, Leute. 2.5 défuntes. 2.3 4.5 5.5 7.6 9.6